Wer krebt so tief ins Braunbrock, kicke erdenreich, sucht den wundersamen schwarzen Zauberschleim, verkauft die Suppe an den Bürgermeister und wird reich und gibt das ganze Geld im Bordell dann wieder aus. Not-Nun-Öl, Not-Nun-Öl, Not-Nun-Öl in Tommoil. Willkommen zurück zu einer neuen extremen Folge Tommoil, the heat is on. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz extrem mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte extreme Video bewertet haben. Joshua liegt bei 40%, König der Stadt, König der Herzen, König der Bewertung. Leute, lasst eine Bewertung da, supportet mich ein wenig und natürlich auch unseren alten Cowboy hier oben. Wir haben schon das Land gewählt, wir können direkt rüber zu Jill, hinaus in die Weiten, um zu bohren nach dem klebrig-schwarzen Gold. So, TomTom, Hansi, die alte Taktik. Mal sehen, was wir finden. Hier drüben ist auf jeden Fall schon mal eine Quelle. Gut, dann erstmal solide hier rein. Ganz langsam und gemütlich. Noch langsamer, bitte. Dankeschön. Und natürlich brauchen wir ein Silo. So, oh, Preis ist gerade gut. Dann machen wir jetzt hier voll auf Wagen Takt. Nein! Oh no! Das ist so sensibel. Immer komme ich da drauf. Okay, wir haben kein Geld. Wir brauchen Geld. Geld! Wie so teuer ist es, einmal hier rüber zu bohren? Das ist ja beinahe kriminell. Alles klar. Gut, da haben wir schon mal zwei anscheinend sehr große Quellen, die wir lutschen dürfen. Gehen wir mal hier hin. Hier muss man voll vorsichtig sein, weil man ganz schnell das Ding hier schließt. Und das will man natürlich nicht. Okay, wir müssen erstmal ein bisschen Geld machen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Geld ausgeben, um Geld reinzuholen. Hier noch ein. Verdammt, ist hier viel Juice. Oi, 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 sage ich dazu nur. Oi, oi, oi. Dann gib mir mal den ganzen Saft. Okay, verkauf den Mist hier. Ich hole mir, glaube ich, direkt so einen Wagen-Aftrade. Weil jetzt wird auch ordentlich hier rausgebuttert. Söööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Und wir haben schon wieder Mai Ich lasse zwei hier noch ein bisschen Abpumpen, den Rest sparen Wir, naja sparen Und ab geht Die Mama Hier noch einen hin, hier noch einen hin Und hier noch einen hin Schon wird gebohrt Gesaugt Ey, lecko mio Was ist denn hier los? Die nächste Quelle Aber ich kann das ja nicht alles durch einen Turm jagen Wir brauchen noch einen Zweiten Turm Was, Moment Sind das zwei direkt nebeneinander? Das werde ich missbrauchen für Gas Ah, der eine geht dann nicht Okay, machen wir nach und nach Aber hier geht's ja Oh Das nix gut Machen wir mal die Hälfte hier rüber Schaut euch diese dicken Quellen an Schaut sie euch genau an, Kinder Wir arbeiten Sehr hart Ich glaube ich werde bald noch ein Upgrade hier benötigen Ja Ja Wir geben es lieber mal aus Hier drüben hin Jungs Alle hier drüben hin Gut Was gibt es hier? Oh oh Wir brauchen unbedingt noch mehr Silos Wahnsinn Nicht gut Noch ein Pferdchen Verbindung können wir auch schon mal hier herstellen direkt Nächstes Silo bauen Und wir lutschen, lutschen, lutschen So Hm Jetzt hab ich hier von gar nix Müssen hier nämlich Eine Seitenverbindung machen Sonst tanken wir das hier nämlich nicht auf Okay, wieder ein paar hier hin So, jetzt hab ich hier Doppelgas Alter Echt jetzt? Kommt hier so raus Geschossen So Das Ding steht Hier müssen wir erweitern Gib mir Das Ding ist leer Wir haben September What? Scan doch Hä? Warum scannt der denn nicht? Weiter geht's Hier ist nämlich noch mehr Und noch mehr Gott ist das viel Zeug Okay wir brauchen hier noch mehr Speed Lutsch es Alter Lutsch es Das riecht doch niemals leer Never Komm mal auf hier zu verkaufen Wir machen die Silos voll So Wir haben Oktober Wir Glittern gleich rein Was soll ich hier noch machen? Damit es hier ein bisschen schneller geht Ob es hier noch mehr gibt? Was meint ihr? Könnte eventuell sein Okay wir müssen loslegen Wir müssen loslegen Und zwar müssen wir nochmal hier alles rausholen Nein Was ist das? Raus 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 Shit Ich hab keine Gasverbindung Oder was? Jetzt Und jetzt verkauf den ganzen Juice Verkauf den Juice Da wäre noch was gewesen 43k Mann dieses Aufblähen Das ist echt Das macht nervös Es macht wirklich nervös Ich hätte auf zwei Türme setzen sollen Aber ich wollte die Silos Ich war halt gierig Ich war unglaublich gierig Egal wir dominieren Ich hatte da oben das goldene Land Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wir gehen hier hin Danke Danke dass ich direkt hier Meines Landes beraubt werde Gib mir das Obwohl es könnte sogar besser sein Wenn Kai ist Ist Kai Am besseren Fleck Man weiß es nicht Jetzt machen alle es Jetzt machen es alle Gesehen beim alten Joshua Jetzt wird es einfach eiskalt kopiert Ja dann zeig mal her Weißt du was? So ich treib direkt hier den Preis hoch Zum ersten Ja da gehen alle mit Da gehen alle mit Sollen wir? Ach komm Man lebt nur einmal Der wird doch keine 37k Dafür ausgeben Eiskalt ihm das Land Weggenommen Ich bin halb Indianer Ja gut Kai Ein jüdischer Indianer Dem habe ich das Land weggenommen Ich bin echt böse Ich bin so böse Let's go Wird schon klappen Hier ist auf jeden Fall ein Magma Oh Gott Okay Okay wir haben einen Hinweis bekommen Let's go Let's go Let's go Die Preise sind so mies Das finde ich richtig fies Blau geht ein bisschen hoch für mich Komm schon Bluti Mach mal Gönnung Okay Rot 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 Gib mir einen Dollar Rot Gib mir einen Dollar Und ab geht's Hast mich überzeugt Rot Hast mich überzeugt Bitte kein Gestein Dankeschön Yes Mama Machen wir direkt ein bisschen Geld Was das Ding ist schon leer hier drüben Crazy Okay ich will hier irgendwas Hier müssen wir noch ein bisschen mehr geben Hansi Na komm Ist das hier drüben Stein Das hier drüben ist Stein Okay hier geht's weiter Kommen wir da hin Versuchen wir's Schön Schön Brauchen aber auch ein bisschen Geld Rein mit uns Ran mit uns Okay das hier scheint eine kleine Quelle zu sein Ich nehme euch hier zu Und mache hier Gas Boah ein Dollar 40 Vor mir hier mal durch Okay wir fangen an zu hamstern Hansi 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 Hier unten wird Gas schon mal zusammen gepanscht Was ich sehr gut finde Was ich sehr gut finde Okay verkauft meine Fuhre bitte Oh 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 Ihr dürft sparen meine Freunde Ui Hier ist noch ein bisschen was Bams Bams Haben wir schon upgrade Jetzt haben wir's Aber ich bin der Felsenfesten Überzeugung Hier gibt es noch mehr zu holen Und es geht los Silos sind voll Wir müssen ein bisschen was verkaufen Oh wir haben schon wieder September Warum geht denn hier die Zeit immer so schnell rum Klar das Vorspulen beschleunigt die Zeit Aber an sich ist es ja immer dieselbe Zeit Die man verbringt Auf den Öländer rein Gas ist voll Gas ist voll Finde ich gut Finde ich gut Ey wir haben aber echt nicht viel Zeug hier am Start Klar hier kann ich noch ein bisschen was holen Aber trotzdem Das ist jetzt auch nicht so der Oberbringer oder Weiter geht's Weiter geht's Durchhalten wir uns Durchhalten Haltet durch Männer Magma Oh wir sind schon wieder voll Gibt's hier denn gar nichts mehr Kann doch nicht sein Dass das schon wieder alles gewesen ist Anscheinend schon Ah was mach ich denn Hier Und verkaufen Alles verkaufen was geht Komm 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 No 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 Da war ich wieder zu gierig Oh 24 Und die anderen Ich Dieses Gasmanagement Es macht mich wahnsinnig Irgendwie kommen mir die Runden hier so super kurz vor Egal Noch bin ich am dominieren Außer Kai Kai ist fies Kai ist richtig fies Blanche will hier mitziehen Kai ist mir ein bisschen zu fies Komm schon Ich geh noch mit Jetzt kommt gleich Kai Und holt sich den ganzen Ja war so klar Kai will den Kuchen Aber solange ich mehr Geld habe als Kai Ist alles gut Ein und What Ja gut Nimm dir das Das ist dein Genickbruch Das ist nämlich nicht wert Das sind 5% Nimm sie dir Kai Bitteschön Och nö Bitteschön Kai Mach dir die Taschen voll Mach sie voll Als ob ich diese Rotz Ich habe gerade Extrem überteuert Aktien geholt Was Kein guter Zug war So viel steht schon mal Eindeutig fest Wo ist das Öl Da ist Öl Aber da könnte auch Stein im Kopf sein Ich probier's Woah Bitte kein Stein Yes Riesenquelle Gill Very Gill Könnte auch direkt ein bisschen was verkaufen So ab geht's Ja Kumpel Wo soll denn hier was sein Stopp Hier hin Wo soll hier was sein Ich habe Gold gefunden Nee Ist kein Gold Ist denn nur Mücken Scheiße Alter Aber hier oben Kann es ja nicht sein Was Oh Gott Mama Mia Aber hier muss es doch noch mehr geben Kann doch nicht alles gewesen sein Hier ist mehr Aber das ist ziemlich weit Äh Wir verkaufen Wisst ihr was ich denke Aus dem Ding Müssen wir glaube ich Gas machen Obwohl das Auch nicht so intelligent Wenn ich jetzt hier zu mache Habe ich halt Den Turm Sozusagen Blockiert Aber ich hätte Gas Wir machen zu Hier ist ja eh nichts mehr drin Machen hier erstmal schön Wie lange kann ich den Gas hier überhaupt herstellen Wie lange kann man denn hier abgasen Boah wir müssen hier drüben hin War so klar Es war so klar Ich dachte ich hätte ein bisschen Glück Runter damit Und hier auch direkt verbessert Kosch Geld aber Da musst du durch Ich denke ich komme hier rein Anscheinend ja Boah gerade Äh Sind die Preise Wirklich Sehr sehr traurig Also du kannst so ein Ding Fast leer saugen Und dann in Gas verwandeln Gut Ja ich muss Ich habe keine andere Wahl Ich muss hier einen Wagen Loswerden Weil mein Silo voll ist Ich habe ja keine andere Wahl Und wir haben schon wieder August Wir haben schon wieder August Boah die anderen machen bestimmt Geld ohne Ende Sehe ich jetzt schon Die anderen Baden in Reichtümern Ich glaube mich hier wieder um die wenigen kleinen Nuggets Ich muss Ich muss Ich muss upgraden Okay Der Preis ist wenigstens ziemlich geil Gerade Sogar zu blau Haut mal rein So wir haben ein bisschen Geld gemacht Ähm Hm Boah ist das hier viel Das ist so viel Das hier ist so viel Was wir jetzt hier so verbinden Boah ist das eine riesen Gasquelle Die wir hier haben Boah wir haben schon wieder November Das ist so Wahnsinn Ich kriege das Ding ja nicht mal leer Eine Quelle haben wir jetzt leer Das waren halt so zwei riesen Quellen Komm jetzt saugt 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 Ö ö ö Saugen Komm schon Saugen Saugen Da wären wir schon wieder am Ende Noch ein bisschen Und los Das werde ich schon wieder alles gar nicht mehr los Komm schon Komm schon Nee Das sind immer so riesen Quellen Das sind immer so riesen Quellen Das wirst du gar nicht alles los So viel Öl ist da drin Kyle ich hasse dich Ich sag immer Kyle Der heißt ja nur Kai Das ist die Abkürzung Ich hasse dich Kai Kyle Kai Kyle Riesige Ölquellen 10% Aktien Die nehme ich dir jetzt noch weg Um dich zu Spucken What Make the money rain Kann ich mithalten Ich bin reich Ich bin Texaner Freunde Was Kann ich damit Kyle Bankrott machen Ich meine hat der wirklich Gar nicht Hat sie jetzt nochmal Ein Bündel draufgeworfen Och nö Na und Jetzt hast du 15% Für Für Fast dein ganzes Geld In der nächsten Runde Werde ich dich zerstören Kai Kyle In der nächsten Runde Wirst du pulverisiert Danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Ich hasse Gas Das man selbst erzeugen muss Das ist nicht The way of quantum Dankeschön Und Tschüss